Oh, oh. Ich weiß nicht, warum. Jetzt hoffe ich immer, dass es besser ist. Ich habe nicht viel gemacht. Ich habe eine Minute hier nur umgelaufen und habe rumgequatscht. Also so wie immer im Prinzip. Ähm, bei denen habe ich keinen Zombie gesehen, aber ich glaube, auch ein bisschen hier, oh, ich weiß nicht warum. Ähm, ich gehe mal schnell weg, bevor mich hier noch irgendwas reinballert. Ja, wir laufen immer mal ein bisschen weiter, weil, äh, ich es halt einfach kann. Ne, wisst ihr alle. Ich bin immer ein sehr guter Typ, äh, der guter Menschen laufen. Ich laufe immer privat sehr viel nicht. Ja, ich bin eine Spinne. Oh, ah, Lex. Oh, ich habe, ich habe, ja, ich gehe gleich wieder voll ab mit Action hier in Minecraft. Folge 60 mittlerweile schon. Und einen massiven Junk-Filler. Füg-Filler. Guck mal, wir können doch eigentlich mal hier runtergehen. Wir wollten das bisher mal für 1000 Jahre. Creeper. Wie ich es aber auch gar nicht geschafft habe, den Scheiß-Scriber zunächst bei dir, äh, zum, sicheren Explodien zu bekommen. Ähm, äh, 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 äh. Komm, geh mal runter. Ja, toll, genau. Genau. Ah! Alter! Vater! Alter! Ja. Die Vorgeschichte, wie wir in die Hülle gekommen sind. Oh, hi. Alter, du hast keine verdammt... Oh, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Alter, fickt euch, fickt euch. Ich brauche einen verdammten Bogen mal, ey, ohne Spaß. Ja, treff mich in meinem Scheiß-Aim-Bot, ey. So, ich habe, ich hatte doch einen Bogen mitgenommen, oder? Anscheinend nicht. Schön. Egal, wir reisen, wenn wir hier durch die Lande, oder bis jetzt durch, durch die Felsspalte hier, und einfach mal ein bisschen cooler mitkommen. Was anderes haben wir sowieso nicht gelernt. Lala, danke für deine schöne Corona. Das gehören, dass sie mal da sind. Wir haben sowieso genug. Habe ich? Okay, gut. Habe ich. Und ich bin echt mal gespannt, äh, wo wir in 300 Folgen zum Beispiel stehen werden in Minecraft. Muss man ja auch mal so überlegen, wie, wie die Zukunft, wie, 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 wie die Zukunft aussieht. Ob wir da eine Villa haben, oder ob wir da viele kleine Häuser haben. Oder ob das Projekt da vielleicht schon wieder beendet ist, weil ich keinen Bock mehr drauf habe. Oder ob die Spitzsache jetzt am Arsch ist, so wie jetzt zum Beispiel. Kann ja sein, in genau 300 Folgen in dieser Minute ist vielleicht die Spitzsache am Arsch. Mag sein, so wie jetzt. So. Oh, ganz viel Kohle. Ich nehme einfach alles mal mit, weil ich brauche nicht extrem viel. Und was ich in der letzten Folge, äh, äh, vorhin einer Minute angesprochen habe, oder jetzt schon, ich weiß nicht. Ich habe meine Sensive hier auf 100 gestellt, weil sonst habe ich sie mal auf Hyperspeed. Weil ich das irgendwie mehr, ich habe es mir einfach mal so angewöhnt. So hätte ich mich immer. So kann ich eigentlich auch noch relativ gut spielen. So kannst du halt viel zügiger spielen. Und wie so kannst du halt auch besser kämpfen, finde ich. Aber ich finde, nein, ich finde, wenn du das hier auf 100 hast. So, dann, ähm, ne, kannst du irgendwie Smura spielen. Ich weiß nicht. Hat ein eheres Spielegefühl, finde ich. Aber gut, ne, kann jeder so entscheiden, wie ich möchte. Zum, äh, Open World, sag ich schon, mein Gott. Zur Redstone-Welt, die ich mal gezeigt habe mit dem Last Man Standing-Schule, auch ein sehr cooles Video, fand ich. Oh, jetzt habe ich gerade. Ähm, dann spiele ich, glaube ich, dann doch eher mit Hyperspeed, wenn ich da was bauen möchte. Da habe ich da schon, beim Bauen braucht man, glaube ich, schon eher Hyperspeed. Weil du da halt auch richtig präzise setzen musst. Und auch schnell dich wenden musst oder möchtest. Ne? Dieses Smura-Spiel ist halt eigentlich eher so für, für jetzt halt einfach, so für selbst, äh, 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 äh. Oh, hier ist noch Ruhle. So. So. Oh, guck mal, Batman hängt an der Decke. Komm, mach mir mal in die Licht hin. Oh, ich habe gerade voll fest auf den Button gedrückt. Ich glaube, es hat mir gerade voll gehört. Ah, scheiß drauf. Alles ungeschnitten wird hier verwendet. Ne? Wisst ihr ja alle. Das heißt, wenn ich noch mal ganz schnell wissen, wo das Geknurrer kommt, weil das klangt für mich um den Harten an einem Spawner. Spawner. Eventuell von da unten, aber erstmal. Was, erschreckt mich mal nicht. So, jetzt gehen wir mal lieber weg hier. Ich krieg dich. Oh, da ist von weit weggeschleudert, da habe ich das Ding. Lalalala. Oh, Eisen. Miau. Razorgames liebt Eisen. Ja. Ganz viel Eisen. Oh, jetzt sind wir wieder hier, ey. Was ist das denn für eine Scheiße? Na, super. Egal. Boah, wie viel gerade durchrennen, ne? Ja, gut, cool, den nehme ich mal nicht mit, weil sonst muss ich hier wieder arbeiten. Das ist ja blöd. Pflasterstein machen wir mal hier so hochbauen. Ich möchte mal einfach wissen, was da oben ist. Vielleicht ist da auch ein Creeper. Man weiß es ja nicht. Was ist denn da unten? Oh, Alter. Scheiße. Aber wir gehen erstmal hier lang. Wie ihr gerade schon gemerkt habt. Oh, ich habe mich gerade vor dem Platz Eisen erschrocken gerade ein bisschen. Das ist mein Creeper oder so. Von Branoid. Ich habe natürlich wieder keine Ahnung, wo es rausgeht. Aber das ist ja sowieso Standard auf dem Kanal. Also, ich glaube, wie krass das hier ist, ne? Ach, guck, ich habe im Ausgang gefunden. Habe ich natürlich hier gerade, äh, ne? Wusste ich. So, hier ist noch Eisen. Mal ich mir auch mal alles mit. Lala. Razer Games liebt Eisen. Und Eisen liebt Razer Games. Aber wie krass, wir sind schon... Mein Gott. Ich habe echt so einen Sprachfehler gerade. Wir sind schon in der 6... Ich probiere einfach mal so wenig reden wie möglich. Wir sind schon in der 60. Folge. Mein Gott, ey. Kriegen wir nicht mehr so einen Satz zusammen. Ähm. Finde ich voll krass, eigentlich. Das heißt, morgen, also am Sammestag, habe ich... Ach, du Scheiße, was ist denn hier für ein Dorf? Erstmal Bild machen. Haben wir einen Monat schon dieses Projekt. Und das finde ich... Ach, du Scheiße. Ja, erstmal rumstehen, weißt du. Alter, was ist hier alles? Alter, ich bin weg. Oh, haben die sich... Oh, jetzt bekämpfen die sich gegenseitig, ne? Wie geil war das denn? Das nenne ich Multicombo. Weil so muss... So muss die Creeper einsetzen. So und nicht anders. Oh, halt. Oh, Skelett. Oh, Taktik. Anpirschen. Es funktioniert, es funktioniert, es funktioniert. Oh, es funktioniert mit Premium. Alter, jetzt geh mal weg hier. Äh. Geist, hab ich... Hab ich nur mal einen Bogen bekommen? Alter. Ach, von da hinten? Jeder Scheiß-Scharfschütze, ey. Leck mich's doch mal. Hä? So, ähm... Ich möchte mal hier was vorwegschmeißen, zum Beispiel diese zwei Emeralds oder diese Achse. So, 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 keiner. Wow, jetzt haben wir den haltbarsten Bogen ever. Ach, guck mal, wir haben doch hier noch einen Haltband. Dann machen wir einfach mal so. Yay. So, ähm... Jetzt haben wir nämlich einen Bogen. Und machen wir einfach mal Facken. Ist immer der normal... Guck mal, das ist eine richtige Höhle hier. Das meinte ich mit Höhle, nicht so ein komischer Gang, der da fünf Blöcke weit geht und dann denkt er sich so, oh, nee, doch nicht. Weißt du, das hier ist eine richtige Höhle, aber der Rest nicht. Oh, warum ist die so hell? Es blendet. Oh, wie in der Fackel. Okay. Ah, schöne Kohler hier. Guck mal, ist immer wieder der Welt 20. Voll heavy, man. Ne, nachdem wir da letztes... Ein paar... Über die letzten paar Folgen übelst gestorben sind. Hallo, liebe Fledermaus. Können weiß dahinter was. Es zieht mir immer wieder nach raus. Aber ist nicht so. Verdammt. So, wir laufen hier mit dem Schwert rum. Weiß ja nie, was für dunkle Kreaturen hier auf mich warten. So, wo kam ich jetzt her? Von hier, glaube ich. Voll der mich voll desorientiert. Ach, wir haben einen Extras. Also, hier sind nämlich die ganzen Drogenbarone. Die machen nämlich immer allerdings neben Lava ihre Drogen, weil das ist einfach... Guck mal, ich mach nicht mehr, aber eine Fackel ist natürlich auch Zeug von Intelligenz, sag ich mal. Ah, schön. Guck mal, hier ist noch Gold. Hähn wir natürlich auch noch. Äh, mein, ich hab Bogen. Oh, oh, der Trank. Guck mal. Mein Gott, ey. Äh, ich werf so einen scheiß Trank auf den Razor, weil der Razor ja ganz böse ist. Mann, 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 ey. Guck mal, wir haben keinen Platz mehr für Kohle. Ähm. Das heißt, ich schmeiß meine Faden... Alter. Oh, Spaß. Werde ich jetzt sterben? Werde ich jetzt sterben? Werde ich jetzt sterben? Ach. Alter, ich soll mich vielleicht mal regenerieren. Alter, ich muss mich aber eben angraben. Eingraben? Ich traue nämlich keinen und niemanden. Okay, wir sind hier safe. Sehr safe. Ah, ich trinke mal so lange mal einen Schluck, ne? Bist alle. Ich finde es so krass, wie, ähm, die Hexen. So, krasse Tränke haben, hab ich gerade gemerkt. Ich meine, Hexen gibt's ja noch nicht allzu lang. Und, äh, ja, dieser Vergiftungstrank, der ist, ist der Haut schon rein, ne? Also, das ist ja ein Monster-Spawner. Werde ich jetzt, glaube ich, gefickt. So ein bisschen. Okay, wie viel, wie viel haben wir eigentlich noch fünf? Wir haben so viel auf die draufgeballert, aber die ist nicht geschlecht. Hab den, der hat zur Stärke tragen, kann das sein. Ja, Alter, wir brauchen unbedingt mal ein Neter-Portal. Weil, Neter-Portal, äh, haben wir dann Neter und dann geht der Schnubelpeter und der Neter und dann können wir nämlich da, äh, Lohn töten. Und dann haben wir auch im Brauchstein und dann können wir, äh, der Hexen mal schön einen Stinkelfinger zeigen und sagen, ey, fuck ja, wir haben das auch. So, wo ist jetzt eigentlich die Scheißspinne, die hier schon die ganze Zeit nervt? Nichts hier, okay. Alter, ich töte ihn mal, ey, ganz ehrlich. Aber, warte mal, wer aber eben noch was? Irgendwann, wir warten, wir warten. Ich hab' da und das Lava, oder? Ne, okay, gut. Alter, was das alles ist? Fickt euch. Geh' mal weg hier, ey. Ja, ein Skillet auch noch, warum auch nicht? Mein Gott. Guck mal, da hat zwei Gehirne gedroppt. Krass. Für die Missgeburt. So, wo sind wir jetzt eigentlich hier? Ich hab' wieder komplett in Ordnung hier und über die Höhle verloren hier. Ich weiß gar nicht, warum eigentlich. Eigentlich bin ich nämlich so ein Typ, der merkt sich sowas zu den nächsten fünf Minuten dann nicht mehr. Aber ich glaub' hier irgendwie, naja. Ach, guck mal, jetzt noch eine Axt. Ach, jetzt weiß ich, glaub ich, es sind von... Oder? Verdammt. Scheiß, Alter, ich möchte hier doch noch hoch, Mann. Ähm. Hier hoch? Wird sich das lohnen? Irgendwie nicht so, ne? Ah, hier sind Federmoss gewesen. Egal. Kohle ist immer gern gesehen. Äh, toll. Naja, leck mich, dann brauch ich auch nicht mehr. Dann nehm' ich lieber hier unten das Eisen mit, was sich hier auf, äh, erreichbarer Höhe befindet. Oh. Da kam gerade Gravel geflogen. Da kam gerade Gravel geflogen. Blablala. Äh, haben wir eine Schaufel? Nee, natürlich nicht. Okay. Scheiß drauf. Ah. Guck mal, hier ist noch Eisen. Nehmen wir mal einfach. Oh. Ach, Mann, ey. Dieses scheiß Gravel. So, alles mitnehmen. Schwupp, schwupp und die Wupp und schwuppli lubbili und schwuppli und so weiter halt, ne? Punkt, Punkt, Punkt. Mann, ich brauche wieder ein Thema, worüber ich reden kann. Beim Kanal. Ja, keine Ahnung, was soll ich mir über meinen Kanal sagen. Ist voll awesome, wenn er abonniert ihn, der abonniert ihn, äh, ach, keine Ahnung, mach ihn, ha. Ja, ich bin der Beste, der für seinen eigenen Kanal wirkt, auf jeden Fall, ne? Habt ihr auch gerade gemerkt. Ah, schön. Oh, hier ist noch. Ach, Mann, warte mal. Ich schmeiß den mal eben hier, den Sattel nicht, aber die Spinnenauge, ih, weg damit, ey. Ich hab zwei eigene Augen. Eigentlich müsste aber so eine Spinnen acht Augen droppen, ne? Besser, besser Mode on. Aber ich hab doch hier gerade... Was hab ich denn dafür aufgenommen? Och, ein Kies. Entschuldigung. Weißt du? Ah, okay, jetzt haben wir zumindest jemand Coole. Ja, war hier hinten nicht noch eine? Enderman. Leute, ich hab ne Idee. Um es mal ganz episch zu machen. Ich hoffe, ich drücke jetzt keine F8, wenn ich hier so mach. Wieso hab ich denn mit F8, wieso hab ich denn... Keine Ahnung. Oh, oh. Geh weg. Ach, fuck. Mann. Scheiße. Wieso mach ich auch so ne Kacke? Ganz ehrlich. Warum mach ich das? Wir hatten, wir hatten verdammtes, verzaubertes Buch. Wieso mach ich sowas? Mann. Boah, Mann. Ich denk grad zu geilen und themativer Schaulern zwischen Enderman und Razer Games. Boah, Mann. Wieso mach ich sowas? Wieso mach ich so ne Scheiße eigentlich? Mann. Alter. Die Musik passt doch voll gut. Oh, Mann. Alter, ich... Ich... Ach. Boah, ich könnte mich jetzt aus dem Fenster werfen, ey. Mann. Oh ne Scheiße, ey. Boah, wieso mach ich sowas eigentlich? Ganz ehrlich. Wo ist da der Sinn? Jetzt hätte ich vielleicht ein Enderauge bekommen. Super. Mann. Hm. Toll. Och, ich hör den auch noch. Boah, ich hab jetzt aber meine Koordinaten noch nicht, weil... Ähm... Ne, ich hab die... Oder kann ich die noch öffnen? Ne. Ach, leck mich doch, mein... Boah. Alter, scheiß drauf. Ich mach... Ich... Gleich wieder in der... Ich... Ich... Mein Gott. Ich... Geh einfach wieder nach unten. Was heißt scheiß drauf? Verkacke jetzt eigentlich, ne? Äh... Mann, ey. Mann, ey. Mann, wieso... Weiß diese Abenteuerlust bei mir, die ist zwar richtig geil. Ach, naja, wir haben noch unsere Monsterfalle. Haha. Aber auch voll scheiße, ganz ehrlich. Mann, ich hatte so gute Sachen. Ihr müsst euch das mal geben. Weißt, wie viel Kohle ich hatte? Boah. Boah. Boah, Mann, da denke ich mir manchmal so, warum spiele ich dieses Spiel überhaupt? Auch wenn ich einfach so ein Idiot bin. Mann, ey. Das ist eine Scheiße, ganz ehrlich. So. Jetzt habe ich mich ja hier genug aufgeregt. Ähm... Ja, ist jetzt zum Gelaufen, würde ich mal sagen. Aber nichtsdestotrotz bin ich gerade voll fett gegen meinen Müllalm gekommen. Und, Mann, ich sollte mal wegstellen, ne? Ich mache hier mal so. Und dann mache ich hier so. Ich mache mir jetzt einmal neue Sachen. Boah, nicht mit meinem Scheiß-Einschwert. Denk doch so, oh ja, ich bin hier Babu. Äh. Mann, wieso mache ich so eine Kacke eigentlich? Wieso bin ich eigentlich noch als Player? Wir sehen uns gar nicht mehr. Tschüss, selber. So, Mann, ich gehe gleich wieder los. Ähm. Allerdings nicht nur mit einer Spitzhacke. Weil das geht nämlich sowieso schief. Boah, Mann. Ich könnte... Boah. Mann, ihr müsstet mal geben, wir hatten ein verdammtes, verzaubertes Buch. Und ich... Ach, ich nehme mal... Ja, guck mal, hier ist ein Enderman. Der zieht ja nun voll viel. Ach, ist doch scheißegal. Ich bin ja so dämlich, ne? He, 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 he. Boah. So. Scheißdreck, ey. Egal, Karotten sind fertig. Das heißt, wir nehmen da mal eben eine Ladung weg. Mann, wir hatten verdammte Goldbarren, wir hatten Emeralds, wir hatten alles. Und dieser scheiß Enderman. Boah. Weil ich muss eigentlich, dass wir zu Petit kommen, hier, oder zu Potter, würde ich immer. Ähm. Weil, ich kann es eigentlich mit 60 Folgen noch kein Enderportal, kein Niederportal, äh. Kein Enderportal, äh, kein Nether, äh, Nether. Und so, das ist, äh, schon lange ein bisschen peinlich. Ich meine, der Sarko-Frenik, schau doch mal bei ihm vorbei, macht auch sehr gute Sachen. Ähm. Aber hier habe ich gesehen, der hat Diamanten schon. Also, das heißt, Diamanten schon, der hat auch Diamanten, aber, äh, der hat, glaube ich, schon ein paar mehr als ich. Und der ist erst bei Folge 30. Äh. Komm, wir haben später Nacht, da gehen wir gleich pennen. Boah, Mann, ey, scheiß Dreck. Ganz ehrlich. Weißt du, und ich da, äh, kommt mal das ein Enderman? Komm, wir machen hier mal ein bisschen Showdown mit meinem schönen, verkrüppelten Eisenschwert. Boah, Mann, wieso bin ich so dämlich manchmal? Ich meine, da denke ich mir echt, das sind halt solche, solche Folgen, wo ich jetzt immer denke, äh, 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 Mann, ey. Boah, so. Okay, egal, Leben muss weitergehen. Auch wenn wir gerade gestorben sind, voll unlogisch eigentlich, aber naja. Da kann ich so trinke, trinke, little star Werbung, äh, Werbung. Melodie mich auch nicht aufhärtern. Ja, und euch wahrscheinlich auch nicht, denn Folgenende ist angesagt. Ähm, so, das muss mal eben sein, das muss mal gesagt werden. Ähm, bewertet bitte das Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ansonsten würde ich sagen, sie mögen es in der weiteren Folge von Minecraft. Ciao, idowie. Haha, what the fuck. Danke, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeguckt hast. Das freut mich sehr. Was mich aber noch mehr freuen würde, ist, wenn du mich abonnieren würdest oder mir einfach eine Beweisung da lassen würdest. Ganz einfach mit Daumen nach oben oder nach unten. Auch kannst du mir einen Kommentar zu dem Video schreiben. Egal ob Tipp, Kritik oder sonst irgendwas. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in einem meiner weiteren Videos. Tschüss. 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 Ciao, schön, Shiv. main Untertitelung des ZDF, 2020